Hallo und willkommen zur CW Fotobuchbesprechung. Ich bin's Andreas und ich habe euch heute zwei neue Bücher unserer Kundinnen und Kunden mitgebracht. Es geht heute um das Thema Winter. Und diese beiden Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte, sind ja zwar zum gleichen Thema gestaltet, aber völlig unterschiedlich aufgebaut. Und genau das ist es, was ich euch heute zeigen möchte. Ein Thema in zwei unterschiedlichen Darstellungen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja und starten wollen wir mit dem quadratischen Buch von unserem Kunden Lucky123. Das ist ein Name in unserer Community und er stellt unter diesem Namen das Buch aus. Also es geht um den Winter. Es ist ein quadratisches Format und das ganze Buch ist so ein bisschen im Scrapbooking-Style gestaltet. Das heißt, ich habe viele Dekorationselemente, ich habe viele verschiedene Bildformate und es werden ganz viele Elemente auf den Seiten kombiniert. Und zusätzlich arbeitet er dann bei der Gestaltung mit Schwarz-Weiß. Aber wir starten natürlich erstmal ins Buch hinein. Also Winter fängt hier natürlich im Schnee an. Ihr seht es, die Bilder sind verändert mit Masken. Es gibt Dekorationselemente und es steht hier so ein kleines Getränk im Schnee. Wahrscheinlich dann für die kalte Jahreszeit. Und die Seiten hier, das Fotopapier matt als Material der Innenseiten gewählt, bietet natürlich den Vorteil, dass ich sehr schön die Inhalte auch über die Buchmitte anordnen kann. Das heißt, ich gewinne Platz. Meine Fotos können größer dargestellt werden. Ich kann Texte ganz gut über die Buchmitte schreiben. Und so ist die erste Doppelseite hier im Buch zu sehen. Sie ist bewusst in Schwarz-Weiß gestaltet, um vielleicht auch die Kälte einzufangen, um die Jahreszeit noch deutlicher zu machen. Und diese kleinen Dekorationselemente hier an der Schrift oder an den Textplatzhaltern, abgerundete Ecken, Schatten oder Cliparts, die unter den Bildern liegen, machen die Seite interessant. Deutlich zu erkennen ist, dass hier versucht wird, Ebenen zu erzeugen. Das heißt, Tiefe auf der Seite zu erzeugen. Ich habe Bilder im Hintergrund, die teilweise weich gezeichnet werden, die transparent sind, die vielleicht auch nur als Teile, als Elemente in dem Hintergrund liegen. Und ich habe davor Fotos angeordnet, mal mehrere unterschiedliche Formate. Ich habe hier so kleine Klammern, die als Dekorationselemente sind. Es gibt dann so Holz, was man sich laden kann. Und da findet man ganz viel im Internet, was dort vielleicht auch die Gestaltung für dieses Scrapbooking mit unterstützt. Natürlich auch bei uns in der Software als Dekorationselemente. Da gibt es einen eigenen Bereich. Da dürft ihr mal schauen. Und so werden hier die Bilder auch sehr schön zusammengestellt. Die Natur wird gezeigt. Dann gibt es die kleinen Kleber, was so ein bisschen den Effekt erzeugt, der alten Fotoalben, früher eingeklebt mit den Fotoecken. Wir sehen das hier so als kleine Elemente. Und ein sehr schöner Effekt, der hier immer wieder zu sehen ist auf den Seiten, ist das Verwenden von Fotos, die mit der Malfunktion ausgemalt werden. Und dadurch kann ich diese Bilder maskieren. Dadurch entstehen genau diese Verläufe. Und wie du deine Fotos ausmalen kannst, um sie dann zu maskieren und solche Effekte im Buch zu erzeugen, das zeige ich dir jetzt in meinem ersten Tipp. Viel Spaß. Mit der Malfunktion lässt sich Fotos einfärben bzw. ausmalen. Diese ausgemalten Fotos können anschließend maskiert werden. So entstehen farbige Flächen mit Verläufen. Wie du das alles umsetzen kannst, zeige ich dir nun. Die Malfunktion. Um die farbigen Flächen hinter den Fotos zu erzeugen, benötigst du zuerst ein Foto. Ziehe es auf die Seite und platziere es vor den Fotos auf der rechten Seite. Mit einem Doppelklick startest du jetzt die CW Fotoschau, das kleine Bildbearbeitungsprogramm. Mit der Funktion Malen in deiner Ansicht links wird jetzt diese Fläche ausgemalt. Wähle zuerst eine Farbe aus und stelle danach die Strichstärke auf 1000 Pixel ein. Nun kann die Fotofläche mit der Farbe ausgemalt werden. Bestätige deine Einstellung mit OK. Jetzt wird dir ein Vorschaubild angezeigt. Über Zurück oben links öffnest du ein neues Fenster. Wähle hier Foto im Produkt ersetzen aus. Damit wird jetzt das ausgemalte Foto direkt in dein CW Fotobuch gelegt. Mit einer Maske kann jetzt der Verlauf erzeugt werden. Foto maskieren. Öffne links den Auswahlbereich Masken und Rahmen und wähle oben links die Verläufe aus. Verschiedene Masken bieten hier unterschiedliche Darstellungen. Wähle eine Maske aus und ziehe diese auf das gewünschte Bild rechts. So kannst du deine farbige Fläche mit einem Verlauf optisch verändern. Abschließend wird jetzt das Foto hinter die eingefügten Bilder gelegt. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das Foto mit dem Verlauf. Wähle eine Ebene nach hinten aus. Lege so das farbige Foto mit dem Verlauf hinter deine anderen Fotos. Wiederhole den Vorgang, bis das Verlaufsfoto hinter allen Fotos liegt. Abschließend wird ausgerichtet. Fertig ist deine gestaltete Seite. Ja, du hast gesehen, es ist also gar nicht schwer, so ein Bild auszumalen, eine bestimmte Farbe festzulehnen und dann eben auch diese Dinge zur Dekoration zu nehmen. Und genau das Gleiche wird natürlich dann mit der Rahmenfarbe gemacht. Das heißt, ich kann so überall genau bestimmen, wie weit verläuft eine Farbfläche, wozu verwende ich sie, lege ich sie dahinter oder davor oder rahme ich. Sehr schön, hier ist die Gestaltung auch über die Buchmitte. Das erzeugt natürlich Weite im Buch. Und wir sehen hier in Schwarz-Weiß ganz dezent im Hintergrund die fotografierten Pflanzen schneebedeckt und in Schwarz-Weiß verändert. Also eine tolle Kombination aus Farbe und Schwarz-Weiß. Die kleinen farbigen Dekorationselemente, die ihr hier auf der Seite seht, die kann ich natürlich mit Cliparts erzeugen. Das sind Dinge, die ich jederzeit auch in der Farbe ändern kann. Dazu gibt es ja eine ganze Reihe von Tipps auch dazu. Schön ist hier auch zu sehen, dass die Fotos verlaufen können. Das gibt weiche Übergänge und die Kombination mit Sprüchen, Zitaten und anderen Elementen, die dann hier dem Winter gebührend angeordnet werden. Farben, die kommen wieder. Weiß, Blau, natürlich klar dem Frost der Kälte geschuldet. Und so habe ich immer einen großen Blickfang auf der Seite und super ergänzt dazu. So kleine, passende Fotos, die eben die Stimmung so ein bisschen noch verstärken. Ja, und hier sehen wir auch schon diese Elemente vom Scrapbooking. Viele, viele kleine Dinge, die angeordnet werden. Hier so eine Fotoecke, die eingeblendet ist. Das ist eine Maske, die ihr verwenden könnt. Eine Farbfläche, ausgemaltes Bild, eben erklärt dahinter. Und zusätzliche Rahmen, die mehrere Elemente um Rahmen umfassen und dem Ganzen dann nochmal eine ganz bestimmte Wirkung geben. So, und als Kontrast jetzt hier Schwarz-Weiß. Super Gestaltungsmittel, Fotos, die ich verändern kann. Das geht mit der Fotoschau, die wir ja praktisch zum Programm mitliefern. Dort kann ich Bilder bearbeiten, verändern und kann sie eben auch in Schwarz-Weiß verändern und so im Buch auch verwenden. Und so kann ich das Ganze kombinieren. Und ihr seht, hier wird mit verschiedenen Elementen gearbeitet. Solche Gestaltungen umzusetzen ist nicht schwer. Da kann man Masken verwenden, die legt man unter das Bild. Dann kann man bestimmen, soll eine Ecke nach oben zeigen. Oder sind es alle vier Ecken, da dürft ihr mal in dem Bereich Masken auswählen. Alles in allem ein tolles Buch zum Thema Winter. Hier wird über ganz viele kleine Details auch sehr schön gestaltet. Der Ast, der hier im Bild weiterläuft. Also es wird hier wirklich auf Details geachtet. Und auch wieder ganz stark und wirklich für die Seite sehr schön das Schwarz-Weiß ausgewählte Bild. Hier kombiniert mit diesen Grauflächen eine tolle Gestaltung. Also der Winter mal im Scrapbooking-Style etwas frischer, frecher auch gestaltet mit verschiedenen Elementen in der Gestaltung. Das war mein erster Tipp. Und jetzt gucken wir uns den Winter mal ganz anders fotografiert und ganz anders gestaltet an im zweiten Buch. Ja, und im zweiten Buch, auch zum Thema Winter, geht es um die Winterspaziergänge. Ein ganz anderes Format, nämlich das Großpanorama, also Querformat wird hier gewählt. Und das soll natürlich klar Landschaft zeigen, das soll in die Breite gehen, bewusst gewähltes Format. Und hier wird mit ganz vielen Dekorationselementen gearbeitet. Regenbogen, so heißt unsere Autorin in unserer Community, Regenbogen hat dieses Buch gestaltet. Es ist natürlich dort auch zu sehen. Und als Querformat auch auf Fotopapier. Fotopapier als mattes Papier gewählt. Das ist zwar nicht ganz so brillant, aber ich glaube, das ist für den Winter eigentlich ein fantastisches Papier. Und all das, was gezeigt werden soll, kommt auch wunderbar über dieses matte Papier heraus. Ja, und ihr seht es schon, hier ist der Einstieg ganz anders. Der Buchtitel ist nochmal zu sehen. Es geht hier bewusst um die Monate Januar und Februar. Also der Winter nicht als komplettes Winterpaket, schon im Dezember begonnen, sondern die Monate Januar und Februar aus dem Jahr 2021. Das heißt, ich weiß auch genau, worum es geht im Buch. Ich kann durch so einen Subtitel, das wäre in dem Fall das Jahr, nochmal genau benennen. Wo ist man eigentlich, was gucke ich mir genau an? Dann ist es eine Region oder eben wie hier in unserem Beispiel die Zeit. Und es geht mit einem tollen Sonnenuntergang los im Winter. Und es geht ja auch um die Spaziergänge, also um die Region, in der man ist. Und das ist hier fantastisch dargestellt. Originalbild und etwas abgeschwächt, weich gezeichnet, dahinterliegend das Gleiche nochmal. Und so habe ich einen tollen Rahmen und der Fokus sitzt eben genau auf diesem Bild. So, und ihr seht auch jetzt hier schon den wirklichen Unterschied, Platz. Ich habe hellen Hintergrund, ich habe tolle Stimmungen in den Farbbildern. Und ich habe natürlich hier viel mehr Text als eben auch in diesem Buch. Und so wird der eigene Gedanke aufgefasst. Da gibt es mal Zitate, Gedichte, eigene Sachen. Und so geht es in das Buch hinein. Hier wird tatsächlich Tribut gezollt, dem Winter selbst. Also hier wird die Schönheit auch versucht darzustellen. Die Schneekristalle, die hier im Detail fotografiert sind. Blätter, auf denen Schnee oder Eis liegt. Und auch hier Text als Gestaltungsmittel. Text kann natürlich auch länger ausfallen in so einem Buch. Und wenn ich ein schönes Bild habe, wie hier diese Doppelseite, habe ich einen tollen Hintergrund. Unscharf, nicht ganz so präsent, aber im Hintergrund deutlich zu erkennen. Ich habe das Bild davor mit einem Rahmen, sogar mit einem kleinen Abstand. Und habe dazu einen passenden Text gewählt. Kleine Dekorationselemente, Schneeflocken, die es als Clipart in unserer Software gibt. Die machen die Seite einfach noch schön und interessant. Und so geht es im Detail praktisch in den Winterspaziergang hinein. Das Ganze geht schon beim Fotografieren los. Ich muss also auch die kleinen Dinge sehen, um sie dann im Buch auch zu zeigen. Und das hat sie hier aus meiner Sicht sehr schön gemacht. Ich sehe also auch mal verschiedene Bildformate. Ich kann mich einlassen. Und ich habe durch den hellen Hintergrund immer auch den Fokus aufs Bild gesetzt. Und die Schrift hier so als ergänzendes Gestaltungsmittel dazu. Und hier oben die kleinen Dekorationselemente. Die Eiszapfe sind wieder die Cliparts aus unserer Software. Und so wechselt praktisch hier immer das große Bild als Blickfang mit dem kleinen Detail und dem Text, der passend dazu angeordnet wurde, mit dazu. Eine tolle Schrift wird hier verwendet. Und welche Schrift hier verwendet wurde von Regenbogen, das verlinke ich euch einfach in die Videobeschreibung rein. Weil ich ganz genau weiß, dass viele fragen jetzt, welche Schrift es ist, dass die gefällt mir und so weiter. Das dürft ihr gerne in der Videobeschreibung nachschauen. Hintergrund auch hier dezent zurückgenommen, weich gezeichnet, transparent, Transparenzen gewählt. Das geht ganz gut. Und so kann ich hier meine Winterspaziergänge erleben. So, die verschiedenen Bildformate lösen sich toll vom Hintergrund. Das erzeugt der Schatten. Die Rahmen grenzen die Dinge voneinander ab. Und wer genau hinschaut, sieht die kleinen Details, die hier im Hintergrund liegen. Das sind Bildausschnitte, teilweise in Schwarz-Weiß verändert. Und noch transparent gemacht, dass sie eben wirklich dezent wirken. Und so ist der Blick immer auf dem Bild mit Farbe, Details. Hier geht es natürlich Richtung Weihnachten noch, Restweihnachten. Wir sind ja im Januar und im Februar. Der Weihnachtsbaum, der noch steht, der eben mit Schnee bedeckt ist, als tolles Motiv. Und auf eines möchte ich euch noch aufmerksam machen. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was ihr unbedingt wissen wollt zu diesem Buch. Wer genau hinschaut, sieht hinter den Fotos immer so ein Mosaik oder eine Struktur eines Bildes, was hier so eine Art Fächer aufmacht. Das ist mit einem externen Bildprogramm gemacht. Das habe ich genau recherchiert. Also das geht nicht mit unserer Software. Es gibt so eine ähnliche Maske. Da kann man das machen. Aber das, was hier im Buch gemacht wurde, ist tatsächlich mit einem externen Programm gemacht. Das vielleicht nur für die, die jetzt sagen, ich will das unbedingt nachbauen. Wer da genaue Informationen braucht, der darf auch gerne in unseren Kundenbeispielen mal schauen. Da ist das Buch ja ausgestellt, wie schon gesagt. Und Regenbogen erklärt sogar, mit welchem Programm sie das gemacht hat. Das dürft ihr gerne nachgucken. Ja, und so gehen wir einfach noch mal ein paar Seiten hier durch die Winterlandschaft. Was ich auch toll finde hier, der kleine Effekt Spiegelung. Man kann den Text mal spiegeln. Also so ein bisschen Liebe zum Detail steckt drin. Eine tolle Bildauswahl. Und immer diese Kombination Rahmen, dezenter Hintergrund und großes, schönes Bildformat im Vordergrund. Das macht das Buch hier oder das macht das Buch wirklich interessant. Und wer hier genau hinschaut, der sieht auch wirklich, dass mit ganz viel Aufmerksamkeit fotografiert wurde. Das macht sich nämlich jetzt hier in diesen Kaleidoskopen wirklich deutlich. Ihr seht es hier. Das sind die Details aus den Fotos. Also hier hat jemand wirklich mit viel, ich sage einfach mal, Liebe zum Detail diese Kaleidoskope gemacht. Und genau das ist das, was ihr dann gerne mal in den Beschreibungen nachschauen könnt, wie das funktioniert. Ansonsten ein wirklich tolles Buch. Eine wirkliche, ich sage einfach mal, Hymne auf den Schnee. So er dann auch liegt. Und gerade auch hier solche Landschaftsfotos, die auch über die Buchmitte eingesetzt und angeordnet werden, die zeigen das natürlich perfekt. Also ihr seht, man muss nicht immer um die halbe Welt fliegen, um ein tolles CW-Fotobuch machen zu können, sondern es genügt auch oft, einfach mal mit der Kamera loszuziehen, sich für ein Thema zu entscheiden und dann auch mal wirklich zu fotografieren, das Detail zu sehen, mal aus einem anderen Blickwinkel zu gucken und dann entsteht so ein Buch. Und sowas lässt sich natürlich verschenken. Das ist was für die Familie, das ist was für einen selbst oder auch gerne für die Eltern. Also wer mal ein Geschenk sucht, der nimmt einfach mal die Kamera zur Hand und macht ein paar Fotos und bringt sie dann in so ein Buch hinein. Das waren meine Tipps heute für euch. Zweimal Winter aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich hoffe, euch haben meine Tipps gefallen. Ich hoffe, die Bücher haben euch gefallen. Wenn sie euch gefallen haben, schreibt es auch gerne mal in unserer Community unter die Bücher drunter, denn die Autorinnen und Autoren freuen sich auch gerne über Rückmeldungen. Oder wenn ihr Fragen habt zu den Büchern, dürft ihr die Autoren auch gerne in der Community befragen. Oft wird dann auch geantwortet, manchmal direkt, manchmal dauert es ein, zwei Tage, aber das ist nicht böse gemeint. Man guckt ja nicht jeden Tag. Ich darf mich bedanken dafür, dass ihr heute zugesehen habt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei in unserer nächsten CW-Fotobuchbesprechung. Und ich sage Tschüss, bis dann, euer Andreas. Ciao.